Verkehrswege sind immer Entwicklungsachsen. Das kann man an den Autobahnen sehen, an der A9, an der A93. Aber dazu gehört natürlich auch, dass man Anbindungen hat an die Flughäfen. Deswegen ist die Verbindung in Richtung Regensburg und dann weiter zum Flughafen für uns wichtig. Und natürlich braucht man auch einen Zugang möglichst schnell und möglichst unkompliziert zu ICE-Bahnhöfen. Und deswegen ist für uns auch die Elektrifizierung nach Nürnberg von entscheidender Bedeutung. In dieser Woche klare Aussage des zuständigen Staatssekretärs im Bundesverkehrsministerium, Enak Feilemann, der klipp und klar gesagt hat, diese Elektrifizierung kommt und er könne überhaupt nicht verstehen, warum das immer in Zweifel gezogen wird. Und ich glaube, dass es ganz hilfreich war, dass wir bei dieser Veranstaltung auch dabei hatten, die Landräte Peter Berregg und Oliver Bär, die Oberbürgermeisterin Eva Döhler, die Vertreter auch des Vogtlandes und von Chemnitz. Einfach um nochmal deutlich zu machen, auch gegenüber dem Verkehrsministerium, auch gegenüber den hohen Beamten, die dabei waren, wie wichtig für uns das ist. Aber wie gesagt, das Verkehrsministerium hat keinen Zweifel daran gelassen, die Elektrifizierung kommt und daran werden wir das Ministerium auch festhalten. Ja, Deutschland-Takt bedeutet im Grunde Fernverkehr auf den Strecken. Und es steht fest, es wird Fernverkehr geben auf der Strecke Dresden, Chemnitz, Hof nach Nürnberg. Wo es offensichtlich noch keine Interessenten gibt, ist auf der Strecke von Hof in Richtung Leipzig. Hier ist die Bahn gefordert, Fernverkehr zu betreiben. Und ich denke, wir werden alles unternehmen, um da entsprechend auch Druck zu machen. Bisher scheint es so, als ob der Bund die Bahn verantwortlich macht und umgekehrt. Wir werden uns damit nicht zufrieden gehen. Im Bundeshaushalt, im Verkehrshaushalt haben wir riesen Geldsummen zur Verfügung gestellt, um die Infrastruktur auszubauen. Das ist notwendig zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Aber jetzt muss es natürlich darum gehen, dieses Geld auch in konkrete Projekte umzusetzen. Dazu müssen die Verfahren entschlagt beschleunigt werden. Wir haben drei Gesetze bereits verabschiedet. Die gelten werden unter anderem eingesetzt, das auch beschleunigen soll, die Elektrifizierung von Hofmarkt-Redwitz nach Regensburg. Und jetzt ging es in dieser Woche darum, Eingesetzte auf den Weg zu bringen, bei dem generell die Planfeststellung für Elektrifizierungsmaßnahmen, also wenn man auf einer bestehenden Strecke nur einen Fahrdraht zusätzlich anbringt, dass eine solche Planfeststellung nicht erforderlich sein muss. Das wird eine erhebliche Beschleunigung auch für die Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale bringen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020